Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu FIFA 23 mit unserer Karriere aus Bayreuth. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind immer noch in der dritten Saison, gehen so allmählich Richtung Winterpause und treffen heute auf den VfB Stuttgart. Das letzte Spiel haben wir verloren mit 1 zu 3 in München. Damit ist die Tabellenspitze definitiv erst mal weg mit 7 Punkten, glaube ich mittlerweile. Das ist 29, wenn ich richtig im Kopf habe. Ja, haben sie. Und wir haben 22, hängen also momentan ein bisschen dahinter auf Platz 4, wäre dann in der Europa League, was natürlich auch ein super Erfolg wäre, aber ja. Naja, mal schauen. Jetzt geht der rein um den Klassenerhalt. Ich gucke jetzt mal, was überhaupt nach unten drin ist. Wie gesagt, der VfB treffen wir heute auf den Stuttgarter. Die sind nun schon 14 da mit 9 Punkten. Wir hatten momentan am Start 14 Punkte auf Platz 16, wo momentan härter steht. Union auf Platz 17. Die haben wir ja gegen die haben wir verloren mit 4 zu 0. Hätte ich nicht gedacht, gegen die Tabellen vorletzten. Und dann der Tabellenspitze aus München, Gladbach, nur mit 2 Punkten Platz 18 und nicht jeden Sieg, wo wir ja am 2. Spieltag hier auswärts mit 13 zu 2 gewonnen haben. Aber heute in der VfB, wie gesagt, der Tabellen 14. Und da wollen wir heute ein bisschen dranbleiben, oben an den ersten Dreien, aber mal schauen. So, ganz viel Angebot für Djuric. Okay, nicht schlimm. Kein Gehen. Tschüss. Ja, eine Winterpause, wenn wir nochmal nachkrüsten müssen, in der Innenverteidigung vor allen Dingen. Mindestens ein neuer soll kommen. Aber mal schauen, vielleicht haben wir noch einen Stürmer. So, Drago Djuric. Geht fix. Ist nun eine DB-Wertung, geht es aber nicht tragisch jetzt. So, weiter geht's. Oh, dann kommt schon RB auswärts. Dann fahren wir mal nach Leipzig. Also, es sind jetzt zwei wichtige Spiele, die wir eigentlich gerne gewinnen dürfen. Die jetzt in beiden Aufnahmesessions starteten jeweils gar nicht gut. Und zwar gab es ja die Niederlage in Frankfurt bei der vorletzten und bei der letzten... Ne, warte, bei der letzten gab es in Frankfurt. Und was war denn davor? Aber da fand ich auch noch... Ach genau, die Niederlage gegen Union. Ja. Verletzt war Frankfurt und dann Union, genau. Ja, und jetzt die Dritte gegen Bayern in der letzten Folge. So, gehen wir mal rein ins Match. Ach ja, genau, Kaka Taluuya darf ja nicht spielen. Naja, egal, ich hab mir jetzt automatisch quasi weniger getauscht. Ist aber, tut nicht weh. Ist nicht schlimm. Ja, ist halt bitter, dass wir gerade jetzt kein... Das wieder uns ein und so ein Verteidiger mit glattrot ausfällt. Genau, der hat ja letztes Spiel in München rot gesehen und in der Filter gesehen. Wir haben sogar noch eine Filter verschossen. Die Chance einfach zum 2 zu 2 haben. Wenn wir dann verlieren, das Spiel mit 3 1. Aber jetzt halt so. Sind halt die Bayern heute im Fokus stehen. Der, der spielt heute gegen seinen Ex-Verein. Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. Genau, so ist es. Lilian Erkloff und Laurin Ulrich spielen heute gegen ihre Ex-Vereine. Gegen ihre Ex-Vereine. Den haben wir ja Anfang der dritten Saison nur ausgesucht. Damit kommt auch zu verpflichtet. Mittlerweile sind die beiden. Ja, gesetzt. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuss und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Könnte ein Riesenspiel werden. Interessante Geschichte hier, Wolf. Es kann losgehen. Und wir freuen uns auf eine reizvolle Begegnung. Ja, was heute beim Heimspiel gegen VfB drin ist. Ja, unsere 5 und unsere 4. Die beide sind halt nicht so gut. Meiner Meinung nach. Morgana hat ich mir durch mehr erwartet. Aber leider hat er bis zu lange mehr Platzverweise kassiert. Viel zu viele. Deswegen gucken wir uns auf die Gemeinde bis bei den Vertäniger holen. Mal schauen, was so wirklich ist. Finanziell vor allen Dingen. Große Sprünge können wir ja immer noch nicht machen. So, auch der VfB, der wird sich nochmal einschwören. Wie gesagt, die Stadt steht. Klar. Warum soll ich da was ändern? Das ist eine junge Truppe. Die kriegt natürlich auch den Hackweg und gegen Bayern kann man verlieren. So schlecht haben wir auch gar nicht gespielt, muss ich sagen. Und jetzt geht es halt nur verloren. Egal, alles gut. Weil da geht es weiter mit dem VfB. Den haben wir 14 Leute zu Gast in Bayreuth in der Provinz. So. Aber da komme ich vorbei. Er ist eine gute, kleine Kombination. Die Idee war aber gut, da war ich nur, da vorne reinzustellen. Oder halt ich schicken. In der WWK-Arena tut sich was. Es ist ein Tor gefallen. Rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor. Für den FC Augsburg. Haris Zeverovic hat es gemacht. Das ist ein super Kopfball. Den Ball trifft er perfekt. Ja, und dann ist er auch nicht zu halten. Neuer Spielstand damit 1 zu 0. Also 1 zu 0 für den FC Agen. Dortmund, das ist schon mal für uns ganz, ganz wichtig. 100 Spiele hat der Trainer jetzt auch seine Konto. Tolle Marke, wenn man aber denkt, wie schnelllebig der Fußball heute ist. 100 Spiele, das ist jemand, der den aktuellen Fußball wirklich mit geprägt hat. Ja, ich bin ein Trainer, der exzellente Arbeit leistet. Man sieht seine Handschrift, seine eigene Philosophie. Oh, 100 Spiele. Oh, ganz eigener Spielansatz, den er hat. Das ist das Jubiläum. 100 Spiele wird ihm nicht so wichtig sein, glaube ich. Es wird ihm wichtig sein, wie seine Mannschaft spielt. Oh, da ist es. Das Foul wird natürlich abgefiffen. Okay, ganz gefährlich. Gut, also abgefiffen, weil da war eine Handschule, glaube ich, im Moment darin. Das sind aber wahrscheinlich gefiffen. Glück gehabt für uns, weil das wäre ganz gefährlich gewesen. Es wäre wieder ein Verteidigerfehler gewesen. Wir sind dahinten. Ball hoch. Amara. Oh, weiter mit der Ball. Tolle Szene. Ja, guck mal. Aber Fischer. Ulrich. Ach, Mann. Er hat in den vergangenen Tagen immer wieder in den Schlagzeilen gestanden. Der spielt heute gegen seinen ehemaligen Verein. Das sind besondere Spiele. Absolut. Schön. Da sind dann auch Männer gefragt. Du kennst das Umfeld, kennst noch den ein oder anderen Spieler, hast hier viel erlebt. Und das musst du einfach ausblenden, musst dich konzentrieren. Das ist keine leichte Aufgabe, aber eben eine typische für den Profifußball. Und Obermeer, Jan Hölzl. Torne meines, dieses Spiels geht an Obermeer an. Und damit war ja eigentlich auch fast schon zu rechnen. Yes. Der Kapitän der Führung. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann wird Pierre-Emerick Obermeer-Jang das kurze Eck für die Vollergefahr. Das ist genau richtig. Novoa. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Laue durch. Ja, schönes Ding. Aber doch nicht. Schön dazwischen. Ulrich. Der war ja eine super Kombination da jetzt. Da kommt die Flanke. Da können Sie erst mal klären. Ganz viel Glück, dass da geklärt wurde. Mario Rui. Ja, du bist. Louis Cook. Ah. Ah. Hier er. Elf Meter. So, sie haben den Elf Meter. Und das ist jetzt die Elf Meter. Und wieder mal gelb. Piri. Viel zu spät gegangen. Hier wieder mal richtig. Die Gelbe ist okay. Aber das pfeift jeder Schiri so. Keine Frage. Mann. Da haben wir noch mal die Wiederholung. Ja, ganz sicher gemacht. Der Ball geht. Gucken ins Eck. Ist nicht zu lang. Ja, die wir verlaten. Nicht zu halten. Sie haben ja einen Ausgleich geschafft. 1, 1. Scheiße. Der Ball läuft richtig gut. Ja. Ich habe jetzt. Ja, gegen zwei kann ich nichts machen. Ich müsste, wenn man da lieber guckt und statt zu drauf zu gehen, da rein zu gehen. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Ja, abseits. Abseits. Sein Lauf kommt da ein wenig zu früh. Ja, ich hatte wieder FCA ausspielt. Wir müssen das Spiel gewinnen. Dann könnte man wieder dran. Stubb war da Platz 3. An der Champions-Seek-Qualifikation. Das wäre schon geil. Aber. Schatz. Mal gucken, was sich so umbringt. Perea. So langsam wird es gefährlich. Aber der Ball ist weg. Erstes Ziel ist natürlich erstmal Klasse. Alles andere ist erst mal unwichtig. Oh, war mir ja. Dann Ball über die Seite. Was für eine Chance. Richtig, das hat sich zwei. Zuckab oder anderen zweiten Verlieg. Das ist natürlich eine überragende Szene. Da sehen wir es in der Wiederholung. Wie er den Ball voll nimmt. Mit ganz viel Mut und Power. Das war Praler und dann Breiter mit. Wunderschönes Tor. Yes. Auf jeden Fall. Zweiein. Wieder die Führung. Kurz vor der Pause. Aktueller Spielstand jetzt also 2 zu 1. Mit der Pause fiff sogar. Wir gehen in die Pause. Nach dem ersten Durchgang liegen die Gastgeber hier in Führung. Das Team mit der besten Offensive packt wieder alles aus, was es im Angebot hat. Zwei Tore sind schon. Ich glaube, da geht noch mehr. Sie sind in Spiellaune, in Torlaune. So. Gut. Halbzeit Nummer 2. Jetzt geht los. Pause ist vorbei. Das Spiel geht weiter. Der Tabell vierter führt gegen 14 Ulrich. Und Obermeer. Ja, Eikhoff. Und Eikhoff, der ehemalige Stuttgarter. 3-1. Der trifft da gegen Quadex Club. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor auch der dritte Offensive macht. Macht sein Tor. Einer vor, einer nach der Pause. Aber super Kombi. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu halten. 3-1 heißt es also jetzt. Da muss er hin und holt sich den Ball. Oh, der ist mal ganz, ganz hinten zu finden. Hat aber was gebracht. Der Ball ist da. Der ist jetzt aber wieder weg. Drehblink geht weiter. Die Abwehr findet der Fak. Äh, quatsch, äh, abgefälscht natürlich Ecke. So, ich werde es wechseln müssen. Ich verdiene natürlich in der Hintverteilung. Jetzt ist mal nur noch was nachbringen. Was habe ich denn da für die Position? Ah, was habe ich denn da für die Position? Ich habe es auch nicht spielen. Ich habe keinen Verteidiger. Ich habe zwei Linksverteidiger, aber keinen Verteidiger. Ich habe es halt Kleeverschreiben sitzen müssen. Das ist ja nicht anders. Ein Mittel. Aber vielleicht habe ich an Dresen noch die Möglichkeit, dass es den Verteidiger einsetzen. Kleeverschreiben gibt es nur den Verteidigern. Ich habe es auch nicht mehr. Jetzt kommt die Ecke. Ja, so hat er auf jeden Fall der VfB die große Chance. Ich war mir so sicher, dass das ein Tor wird. Klasse reagiert. Ja, das ist es. Schade. Armada. Liga. Ja, schade. Und mal Badz. Das ist eine gute Aktion. Denn da lag das Tor in der Luft. Und das ist die Minute heute schon ein Treffer. Konnte sich schon einmal durchsetzen. Hier aber nicht. Ja, wie Heidowitsch. Und ich glaube, da haben Sie diese Situation unbeschadet überstanden. So gerade noch überstanden. Nächste Kurzecke. Wir sehen die kurze Variante. Damit komme ich überhaupt nicht klar. Mit diesen Kurzecken. Sie versuchen es. Und das ist es. Gott sei Dank gut gegangen. Herr Mühe los. Beim Spiel von Leipzig ist ein Tor gefallen. Im Studio gibt es jetzt alle Infos dazu. Wir haben hier das Eckloch. Der hat schon eins. Nicht zwei. Der hat eigentlich drin sein müssen. Das hätte das 4-1 sein müssen. Für die Bayreuther. Aber ist es nicht. Ist es nicht. Klapp vorbei. Wir mussten diese Info zum anderen Spiel leider unterbrechen. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Tor also für RB Leipzig. Und der neue Spielstand heißt damit 1-1. Jetzt haben wir erst mal Kiliad Fischer. Sie haben wieder so ein Ding. Man sollte es tun ist, dass solche Welle zu verlieren. Da vorne. Und ob hat sie da. Gott sei Dank. In der Hand. Fischer. Fischer. Stimmte mit Hand. Ja. Haut den Ball weg. Mit der Hand. Und es darf ja mal einer ran. Der zweite Ex-Stuttgarter Rad. Von Laurin. Ulrich. Der geht. Der Kieber geht auf jeden Fall weg. Oder rein. Der zweite Ex-Stuttgarter trifft ebenfalls. Drei gelaufen. Und dann noch null. Auch Ulrich. Quasi die Höchststrafe. Für den VfB. Und zwei der eigenen Jugendtreffen. Ausgetrickst. Schön verladen. Und dann der Ball eiskalt in die Mitte. Der war gemacht. 4-1 jetzt also. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ja, Viertelstunde. Man führt mit 4-1. Man löst scheinbar die Pflichtaufgabe. Oder die Aufgabe Stuttgart. Das ist ja nicht. Die Aufgabe Stuttgart. Ja. War Verlust wieder mal. Wer ja 2. Hat er gut gemacht. Da kann er nichts machen. Der Verteidigur ausspielen lassen. Das war klasse gespielt. Das ist gemacht. Kommt nicht mehr auf. Weil es einfach zu spät kommt. Und das wissen Sie auch. Es hätte Ihnen früher gelingen müssen. Dass er den Verteidiger komplett aussteigt. Wir dann ist es. Hier ist einiges los. Ja, man wollte es schön machen da vorne. Und hat es dann quasi mit weniger gar nicht hingekriegt. Also Tor für VfB. 2,4. Sechstes Tor im Spiel. 1,8 ist das mal gerade. 10 Minuten noch auf der Urschlussphase. Die Frage ist. Passt da. Passiert dann noch etwas. Perea wieder an dem Ding. Also ich wollte es auch noch kräftig dran. Im zweiten Versuch zumindest Fischer. Ja, der kommt nicht durch. Der kommt nicht durch. Es gibt Neuigkeiten zum Spiel. In der WBK Arena. Da hat es einen Treffer gegeben. Rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer. Für Borussia Dortmund. Der neue Spielstand. Der hat sich hier vielleicht die Chance. Dort wird dritt über die Partie. Dreht die Partie in Augsburg. Ich wollte es jetzt ein bisschen. Ah, wieder so. Ah, wieder so. Jetzt kann er sich doch mit dem Fall. Ja, und das ist auch gut so. Also dieser Pereira macht auf jeden Fall da richtig. Die Defensive steht. Jetzt haben wir es. Oh, und es ist Hugo. No more. No more. Noch mal. Der aber den Ball verzieht. Weil der Keeper den hält. Wir haben jetzt auch nicht wechseln. Wir müssen jetzt ein bisschen wechseln. Weil damit eh nicht mehr allzu viel passieren. Aber egal. Einmal kurz durch wechseln hier. 2, 3, 4. Ne, 5 habe ich ja schon. Deswegen nochmal kurz alle anderen vier jetzt nochmal sehr. Bundesliga spielen holen. Gibt enge. So, okay. Nochmal. Völler und Ulrich der Torschütze. Und ist diese Szene da eben. So, jetzt gibt es nochmal Wadi Zek mit der Ecke. Ecke kommt in den 16er. Und dann war es das. Und dann ist es das. Am Ende. 4, 2. Schleckt man den VfB. Und bleibt dran. Klarer Sieg also. Ein Tor schöner als das andere. Und genau so kennen wir sie. Mehr Treffer hat keine Mannschaft erzielt. Und heute hat man wieder einmal gesehen. Warum? Spielen sich viele, viele. Die kriegen aber so viele Gegentore. Und machen die Dinger auch. Eiskalt, routiniert, souverän. Das ist großartig. Ja, schön rausgespielt. Das Tor war noch mal mehr. Ja, jedenfalls Aufgabe Stuttgart gelöst. Oh, Bayern RB1, 1, 1. Sehr gut. Ja, das ist ein gutes Gibtnis für uns. Auf jeden Fall. Weil wir jetzt nicht auf RB selber treffen. Im Auswärtsspiel. Wir sind jetzt momentan. Ja gut, drei Punkte jetzt. Also wenn wir wirklich wieder ranspringen würden. Wenn wir heute gewinnen würden. Oder morgen gewinnen würden. So sieht es aus. Ich heute, ihr morgen. Jetzt sind wir wieder drin. In der Saison. Dann wäre RB zumindest wieder ein bisschen abgeschlammert. Oder könnte Dortmund mit 31 Punkten wegziehen. Die spielen nämlich jetzt in. Das gleiche Spiel gegen Bielefeld. Die Bayern spielen gegen, 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 gegen. Wo sind, wo sind, wo, nicht dabei? Haben die schon durch? Ne, haben sie nicht. Moment. Hä? Wieso stehen die Bayern gerade nicht drin? Irgendwie fehlt da gerade noch ein Spiel. Oder C ist gerade einfach schlichtweg nicht. Ich glaube, da Hausbruch. Die spielen wieder RB. Das ist klar. D, C. Keine Ahnung. Warum auch immer. Also es ist vielleicht, weil es die Samstagspiele sind. Dass die Sonntagspiele gar nicht mit drin sind. Wie auch immer. Wir treffen auf jeden Fall auswärts auf RB Leipzig in der nächsten Partie. Und das sehen wir uns dann morgen wieder an um 14 Uhr, wenn ihr Bock drauf habt. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.